Guten Tag, ich freue mich auf die Auftretung der Spieler. Es ist immer schwierig, diese Spiele nach dem ländlichen Spiel, nationalen Mannschaftsspiel, nur drei Tage zu vorbereiten. Hermann Gerlen hat mir gesagt, es ist immer die ganze Geschichte Bayern. Es ist wirklich, ich komme hier zu spielen, gute Performance zu gewinnen. Vor allem bin ich zufrieden für unsere Spielkontrolle heute.